Wir haben das Problem, dass wir so viele deutsche Unternehmen haben, die sind Weltklasse in dem, was sie machen. Und wenn jetzt Digitalisierung kommt, müssen sie natürlich auch in Digitalisierung Weltklasse sein. Sie können jetzt nicht also mit Stümperleuten anfangen. Es muss gar nichts mit Digitalisierung zu tun haben. Wenn ich einfach von Dieselautos auf Elektroautos gehe, dann muss ich hinterher Weltklasse Elektroautos bauen. Nicht irgendwelche, sondern die besten. Und die Frage ist, wie kriege ich Leute, die Elektroautos bauen? Oder wie kriege ich Leute, die Digitalisierung dann wirklich hinkriegen? Können die das auch gleich auf Weltklasse machen? Das ist eine gute Frage. Und das weiß man ja gar nicht. Also wenn ich jetzt Elektroingenieure oder Batteriefachleute einkaufe oder digitale oder IT-Fachleute, die werden überall gesucht und die können sich fast eine Stelle aussuchen. Und dann möchte ich ja gut haben. Und welches sind gute? Wie viel müssen die bezahlt bekommen? Die verlangen dann auch eine echt interessante Arbeit. Also dass sie auch in dem Sinne, dass wenn sie schon was Neues in der Company reinbringen, dass sie auch entscheiden dürfen, wie das gemacht wird. Dass die Leute nicht sagen, nee, ich möchte es doch wieder durchschnittlich oder so wie früher. Oder irgendwie sagen sie, nein, jetzt echte Innovation, sonst kündige ich und so weiter. Dann hat man diese ganzen Problematiken. Ich rede da gerade mit so HR-Abteilungen, also war jetzt auch auf HR-Kongressen, Human Resources, also Personal-Kongresse. Die sehen das Problem noch so gar nicht. Also die setzen dann Anzeigen in die Zeitung, ich suche einen IT-Menschen. Und dann kriegen sie welche. Und die wissen zum Teil dann, wenn sie noch nicht IT-affin sind, wissen sie ja gar nicht, ob die gut sind. Bei IT ist es so, dass der ein Schlechter gegen einen Besseren vielleicht nur halb so viel arbeitet. Da gibt es Tests. Also wenn man normierte Tests hat, also nur Programmieren in einer bestimmten Programmierungssprache, und dann gibt man denen eine Aufgabe und die Aufgabe kann man dann in einer bestimmten Zeit und mit bestimmt vielen Fehlern dann erledigen. Und der Unterschied zwischen den Besseren und Schlechteren ist eins zu zwei. Das sind aber Standardaufgaben. Das sind Aufgaben, die im Prinzip jeder kann. Und da wird nur Zeit und Fehlerhäufigkeit gemessen. Und da ist schon der Leistungsfaktor dann zwei zu eins. Also die echtmäßigen, so Note vier minus bis eins ist dann so irgendwie eher Faktor eins zu drei. Wenn ich jetzt aber Aufgaben nehme, die ein normaler Mensch gar nicht kann, dann ist der richtige Superstar irgendwie Faktor tausend zu eins besser. Dann stellt sich auch die Frage, soll er tausendfach Gehalt kriegen? Kann ich ja sagen. Das ist auch so bei Werbetexten. So irgendwie, hallo Leute, mein Produkt ist so gut und es ist rot und klingelt oder sowas. Irgend so blöde Texte kann ja jeder schreiben. Aber so irgendwie so, dass ich einen Jingle einfallen lasse, so wie Red Bull bekommt Flügel oder so. Sowas ganz Geniales, was jeder Deutsche weiß. Das ist dann so in der Nähe von Kunst. Das kann ich nicht unbedingt einkaufen. Wenn man jetzt aber neue Gebiete implementiert, also wie Elektromotoren, was wir jetzt immer dran haben, oder IT, dann gehört da eine gewisse Expertise dazu, wer gut ist oder nicht. Ich muss wissen, wenn ich Kunst haben will, ist Kunst gut oder nicht. Das sieht alles so aus wie ein Bild und eins kostet eine Million und eins kostet zehn Euro. Und was ist der Unterschied? Und da fehlt uns dann auch das Gefühl dafür, den Personalern dann auch. Und dann fragt man sich, was machen wir jetzt eigentlich, wenn ich so eine Firma umstelle? Dann müsste man sagen, dass die Personalabteilungen jetzt aufgestockt werden müssen. Die müssen jetzt eigentlich dann mehr Kenntnisse haben. Sozusagen, wenn ich alle Leute auswechsle gegen Top, Top, Top Leute, dann muss ich ja irgendwie die auch anziehen können. Ich muss auch die Firmenkultur so haben, dass die bei einem gerne arbeiten möchten und so weiter. Diese Probleme stehen natürlich in jeder Zeitung, aber es geschieht eigentlich nicht. Sie setzen weiterhin Zeitungsanzeigen rein und sagen, der Bewerber soll gewisse Eigenschaften haben, die ein Personaler beurteilen kann. Also der ist belastbar, willig alles zu arbeiten, hat ein gutes Kommunikationsverhalten, sieht ganz gut aus, wenn er sich einen Anzug anzieht und so weiter, ist analytisch klug und so weiter, weiß viel, hat gebildet, hat den Abschluss und so weiter. Was in den Zeitungsanzeigen steht, sind lauter messbare Eigenschaften, die ein Personaler alter Schule irgendwie gut beobachten kann. Wenn er jetzt aber drin haben soll, er soll nur gut in IT sein, das weiß er ja gar nicht. Oder sich mit neuen Technologien wahnsinnig gut auskennen, das weiß er auch nicht. Dann nehmen sie wieder alter Schule Leute, die einen analytischen Geist haben und so weiter. Wenn da drin steht, kreativ soll der sein, dann glaube ich, wissen die wenigsten Personaler, was das sein soll. Weil sie selber nicht so arbeiten. Und da müsste man im Grunde das Personalwesen ganz umstellen. Ich habe jetzt mal so auch als steile These verbreitet, dass das Personalwesen eigentlich dann eine Key-Kompetenz von der Firma sein müsste. Also dass der Kern der Firma ist, im Wandel gute Leute anzuziehen. Und jeder Unternehmer, jedem Unternehmer wird gesagt, have, also im Englischen, have the ability to work only with the best. Ja, also man muss als Innovator die Fähigkeit haben, die besten Leute anzuziehen. Und die bringen dann dann auch irgendwie die Milliarden da zustande. Man kann das nicht mit irgendwelchen Leuten kriegen, die man so kriegt. Ja, also ich habe ganz viel gesehen, wenn man so Innovationscenter oder Exzellenzcenter oder sowas aufbaut bei Firmen, dann machen sie so Showcases und machen schöne Tapeten und so schöne Ausstellungsräume. Und dann suchen sie irgendeinen Manager, der gerade mit der Karriere am Ende ist. Der ist so 60 Jahre, wartet noch auf seine Frühplanung. Und dann sagen, du machst jetzt Leiter von dem Exzellenzcenter und führst unsere Dinge vor. Und dann müsste man eigentlich so richtig die Besten reinpumpen und sagen, jetzt macht mal was. Ja, nicht nur irgendwie Showcases für Kunden, sondern macht mal echte Innovationen. Und alle Lehren von Innovationen sagen, man muss das mit den Besten hinkriegen, die also unternehmerischen Geist haben. Ja.